Hallo zusammen, jetzt gehört ihr mich ein bisschen weiter weg, weil ja alle guten Dinge sind drei oder drei Parts oder so, vielleicht gibt es noch mehr, ich weiss es noch nicht. Auf jeden Fall, zuerst habe ich einen gezockt, dann haben wir beide zusammen einen gezockt und jetzt zockt Mori einen. So, guten Abend zusammen. Willst du jetzt die Bröschchen? Willst du jetzt die normalen Steine? Ich würde schon mal sagen. Kannst du nicht? Ja. Okay. Kannst du nicht? Nächstes Mal rein. Und ja eben, Leute, ich habe natürlich wieder das normale Mikrofon aktiviert, das vom Laptop selber. Weil ja, das headset nebeneinander ist ein bisschen schwierig. Ups. Das passiert mir nie. Naja, das ist schon gut. Ja, aber ich glaube, dort muss wirklich noch eins höher. Und das Gitter, schau mal. Was meinst du, dort noch eins höher? Hm. Hm. Also mal. Ja gut, von innen, von innen gesetzt den Scheiss. Ja gut, von innen, von innen gesetzt den Scheiss. Ja, das ist schon mal abgeschlossen. Aber es muss im Freien bleiben. Hm. Meinst du nicht? Ja. 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 Da muss ich jetzt ein wenig. Das Gitter. Wäre ja schade um das Gitter. Ja gut, stimmt. Ja. Da ist es mit der Büssi's. Ja genau. Mit der Büssi's. Ja genau. Dort war ich eben bei ihm, dort ist er. Und ja. Wir chillen jetzt öfters zusammen. Die Kollegen sind schon seit längerem. Es gibt natürlich eine Phase, in der man sich dann nicht sieht und so, aber ja, immer wieder drucken. Ja sicher acht Jahre. Ich weiss, ich war bei der ersten Lehrerin, ich war bei der Weckerlehrerin. Ja, kommt an. 16, 17, ja froh. Und jetzt haben wir Lust gehabt, so ein zusammen zu machen. Also er hat gefunden, er will mal einen mitmachen und ich habe dann auch gesagt, mach mal einen mit. Ja, er sagt, die Schmiedung ist fertig. Die Schmiedung ist fertig, sehr schön. Ja, ein bisschen Fackeln. Ah, wir haben keine Holz. Ah, und der Wald ist so weit weg. Ah, das lassen wir. Dann darfst du nachholzen. Schau, wir haben noch 10 Minuten, wir haben jetzt nur gebaut. Ah, wir haben Fackeln, ich tue. Ja, wir haben einfach nicht viel. Ah, dann klaste mal, wenn ich so Zeug voll suche. Da drin braucht es eigentlich gar nicht. Und da eigentlich auch nicht mehr wirklich. Ja, das stimmt schon. Ja, sonst wollen wir nachher die Kirche anfangen, was meinst du? Wir haben jetzt noch 9 Minuten Zeit. Ja, aber die darfst du. Ah ja, voll easy. So, gibt es einen Wechsel? Ah, fliegender Wechsel. Perfekt. Obola. So. Obola, obola. Meine Mousse macht, was sie will. Okay, aber natürlich. Hm, habe ich nicht genug von diesen Cobblestones. Ich würde sagen, da mache ich den Boden mit diesen Stunbricks. Weil wir alle eingeschmolzen haben. Ja, weil wir alle eingeschmolzen haben. Aber ich würde sagen, da mache ich den Boden mit Stunbricks. Ich würde sagen, da ist es so, dass du siehst. Ja, das ist so. Ja, die Decke von mir, wo sie auch drüben, aber nicht so, dass du sie siehst. Äh, die Decke, ja, das habe ich gar nicht überlegt. Ja, das wäre cool mit so. Hm. Ein bisschen farbig. Ja. Ich habe jetzt gerade zu überlegt, das Michelangelo-Bild. Aber das ist ein bisschen schwierig. Du musst einen riesen Kilo machen. Eben. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt ein riesen Kilo. Und eine Höhe, dass du siehst. Und eine Höhe, dass du siehst. Ja, voll. Aber ich mache mal das. Mal einen schönen Weg. Gravel, hast du genug? Mal den schönen Weg zu der Kilo machen. Mal den Boden machen. Ja, eben. Den könnte ich wirklich machen. Gravel. Mhhh. Den habe ich gerade eben unten gelassen. In der Mine. Ah, nein, nein, nein. Und so brauchst du niemanden. Kannst du ihn rausnehmen. Ja, voll. Ich muss da jetzt wieder. Hey, ich kenne mich voll noch nicht aus da. Das ist wirklich noch nicht mein Zuhause. Und äh. Ich sollte das gleich mal anschreiben und so. Ah, da habe ich das verarbeitete Zeugs. So. Jetzt brauche ich. Ja, komm, ich lasse einfach im Inventar. Scheiss. Geil. Jetzt mache ich es mal andersrum. Mach ich mit Offscreen. Der Weg ist schon ein bisschen hierher. Aber äh. Ich möchte hier noch so einen Platz machen. Mit einer kleinen Brunnenau. Oder weisst du so. Die kleinen Stone Slabs. noch mal. Und. Es wird Nacht. Kopf verdorelt. Wird der Zeit verloren. Ja. Penne, penne, penne. So. Oh Carby. Carby. Ich bin ein Freund. Hast du mal das Carby-Game gespielt? Puh. Ich würde jetzt mal sagen. Schon länger her. Schon länger her. Oh ja. Ja. Vor allem würde ich noch mal überlegen wie es heisst. Carby Dreamland. Nein 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 nein. Ähm. Sight speedy. Super Smash Bros. Aha. Aber von dem her. Ja voll voll. Sonst habe ich die Carby nicht wirklich. Ah. Sight speedy. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Ungerade Zahlen. Ich würde sagen. Das lange nicht. Also. Sight bescheiden bleiben. Genau. Und jetzt kommt dann da noch so. Da die Kapelle. Die so sechseckig ist. Oben drauf eben der Turm. Und dann einfach so ein Spitzdach. Ich bin noch mal überlegen ob ich es aus viereckigen Blöcken oder so Stunzlabs machen. Ich würde es noch mal aus viereckigen. Aber würde ich es so setzen. Zack. Zack. Also. Hm. Ja. Du. Ich komme eh noch lange dazu. Von dem her. Ähm. Schau. Wenn ich sparen und wollen einfärben. Das finde ich voll cool. Genau. Schäfchen färben. Ich werde meine Schäfchen sowas von krass einfärben. Ich sage so auf meiner Farm dann. Babyschäfchen wo alle grün sind und pink und alles mögliche. Voll cool. Kann man eigentlich auch Hühnchen färben. Ich glaube eh. Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Nur schlafen. Ja schlafen ist immer cool. So. Der müsste fast noch eine höhere Seite sein. Und die Fackel dran. Was meinst du? Was meinst du? Muss gleich hoch sein wie das Dach. Hopp. Was? Ich habe mir das? Oma. 3 Donvorsgood. Oh Gott. So. Und für für das werden wir wir und ich wenden wir auf Büch. Wat ever. Da, fack da drauf. Eine Leiter könnte man dann mal hermachen, so was. Einfach so. So krass Detail an so den Wachposten. Hei hei hei, ich bin da. Und ich habe noch ein Stoneslabs um mich rum. Haaa. Nein, das wollte ich nicht da. Da. Nein, auch nicht. Da. Ja, voll cool. Ja, hallo. So, ich habe ein Schiff gedrückt. Aber egal. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ich so ein Stapel, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, das springt immer so eine Halbfälle durch. Weisst du wie das? Nein, ich meine. Egal, was ich meine. Ich bin gerade verwirrt. Ich habe gedacht, das geht nicht. Ja. Egal. So, ich habe ein Stoneslabs um meinen Turm. Das ist cool. So ein Miniturm. Wo sieht es eigentlich aus? Verscheuert. Uhuh. Hei 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 hei. Hei 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 hei. Hei 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 hei. Dass ich es überhaupt abgerissen habe. Ja, von der Uhr sieht es wirklich blöd aus. So ein Schei. Ich kann das besser machen. Und jetzt einfach noch die Mauer runterziehen. Warte. Ich wollte eine Kirche machen. Ich weiss Leute. Sorry. Ja, das ist halt so ein Auswuchs. Hei hei hei. Ist halt so ein grusiges Teil. Aber das ist besser als vorher, finde ich. und das wäre ... Hei 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 hei. So. Jetzt kann es wieder abgerissen. So. Hey. Oh, hei 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 hei. Hei hei hei. So. Es sieht immer noch recht verscheissend aus, aber es soll ja real sein und die Menschen haben nicht immer alles schön bauen können. Weisst du was ich meine? Schäfli. Dort auch nicht Schäfli. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Nein, nein. Ich habe gerade Zeit mehr zum Volkholen. Jetzt machen wir hier zuerst mal einen Rotteppich rein. Nein. Mit 6. Hm. Die brauche ich noch. So. Bam. Weisst du was ich meine? Dann kommen hier noch ein paar Bilder hin. Ein bisschen Fackeln und dann irgendein... Keine Ahnung was ich in den Altaren zu Dings mache. Keine Ahnung. Ich kann jetzt gleich noch ein Schäfli holen. So. Wupp wupp. So. Ich brauche noch... Hey, wieso ist das immer noch ungeschoren? Es sind ja jene Tage vergangen. So. Ich brauche noch... Hey, wieso ist das immer noch ungeschoren? Es sind ja jene Tage vergangen. So. Oder würdest du vorne auch noch so einen ganzen Platz? Nein. Wie bei Kies oder so? Ich nehme den roten Tipp. Nein, sorry. Das muss so sein. Das ist wie die Altkathedrale. Aber... Also... Nein, da haben wir mit Glowstone so Zeichen drin gemacht. Es ist so cool gewesen. Aber ich habe leider den... Safe-Glöscht eben mit so Glowstone wirklich so riesen Zeichen drin gemacht in den Eingangsboden. Und... Ah, ich habe gerade eine Vision. Ich brauche Gold. Goldblöcke. Weil das ist nur ein Beispiel. Es wird dann nicht unbedingt da sein. Vielleicht schon. So. Ich mache da so einen Platz. Wie wir sagen. Weißt du so. Und dann da in der Mitte so zwei Goldblöcke oder so. So epische Goldblöcke. Oder... Oder... Gold, Gold, Lapislazuli. Oder Gold, Gold, Diamant. Oder... Diamant. Weißt du. So. Voll cool. Hm. Ist das wohl auch noch easy? Nein. Der Erde. Der Erde. So. Oh ja. Was das ist... Ist noch eine Arbeit. Ich mache... Ich zeige es euch als Entschuldigung. Das ist später. Ja. Zuerst mal... Ja. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Schreibt da bitte wieder Comments. Haha. Nein. Ähm. Ich freue mich äh... Euch das halt zeigen und so. Ich habe mich gefreut auch mit ihm das zu machen. Es war etwas Spezielles. Es war geil gewesen. Ja. Und was anderes. Genau. Ja. Und ja. Ich wünsche euch. Peace. Ja. Gleichfalls. Schönen Abend zusammen. Ja.